Sieh mal, was ich bekommen hab. Hast du ne Ahnung, was das für ein Film sein soll? Nein, muss ne Überraschungspremiere sein. Wahrscheinlich eine dieser Vorpremieren, um die Reaktion des Publikums zu beurteilen. Komm, lass uns hingehen. Ich hab sowieso keinen Bock auf die Schule. Du bist total verrückt. Okay, dann schwänzen wir eben den Unterricht. Ist doch ne gute Idee, oder? Ich geh aber nur mit, wenn sie keinen Horrorfilm zeigen. Guten Abend, wir haben hier mehr hartes Zeug für die wenigen unter euch, denn es wert war zu wagen. Es verbreitet sich in der schwarze Seuche, nimm dir den Atem, als würdest du lebendig begraben. Eine furchtbare Grenzerfahrung, du wirst durch die Mangel genommen und zum Krippel geschlagen. Fürchte den Namen von Mr. Dent und der Wees, die wärmt, wie bis zu den Hüften im Blut waren. Ohne Gnade, ohne Wenn und Aber, das ist ziemlich genau, wovor dich deine Eltern gewarnt haben. Ohne tiefen Sinn und ohne Farben, ein Vorhaben, um dir das Leben zur Hölle zu machen. Wenn wir im Schwarzen wären, vorfahren, um dich von der Straße zu holen. Gekidnappt, ne Familie vermisst ihren Sohn. Du liegst für Monate irgendwo in einem Kellerloch ohne Licht und erwartest einen Tod. Wenn ich rap, ist es ne Katastrophe, ein schlechter Tripper, phallozinogenen Drogen. Ein Katalog an qualvollen Methoden der Marta und grausamen Morden, eine Bloßstellung. Die neueste Meldung, eine Roboterarmee aus herzlosen Killern stürmt soeben die Grenze. Einander identische Klonen, kreiert von tyrannischen Vorvätern mit stehenden Schwänzen. Ohne Gefühle umgegen das Gute, auf Mord programmiert in einem Wort fremdländisch. Warum sollte ich Autoren für meine Memoiren engagieren, wenn diese Raps jetzt Bände sprechen? Dreh durch, schlag, zutritt nach, fronte jemand zu allem entschlossen und stechen nach. Ein Mordspaß, Blut, Gedärme und Knochenmacht, da ist niemand, der es für mich soll, macht vor allem Quadrat. Ihr werdet sehr viel Stress kriegen, ich spiele jedenfalls nicht oder lass es mir niemals anmerken. Ich hab gewaltverherrlichende Texte anstatt, die sich wie Sarpetersäure ins Gehirn fressen. Hab ein Label, das Gewinn abwerfen wird, diverse Interessen und denk nicht ans Altwerden. Die Erben der Realness-Rap ist interessant für mich, weil Menschen deshalb sterben. Horrormusik, das morbideste, was es gibt, ihr kriegt Publicity in der verstorbenen Rubrik. Es ist, als ob die Anbruch erquert und so ansticht, ich schaff die Atmosphäre eines italienischen Vorflicks. Wie wir es machen, wir stürmen, ein Studium, Skimasken mit Kanister, Benzin und Schafen, Hubwaffen. Dein Lebenstraum wird bis auf die Grundmauer niedrig gefackelt. Ich bin von der Crew, die Bitches zerbricht und versklavt. Krieg nen Eindruck von den Widersachern, denn Siegermächten und du begegnest nichts als Hass. Jetzt geht's dir zu tief und wird zu krass. Überleg, was nach Millionen von Jahren überlebt hat. Ich kämpfe an vor, dass der Front ist viel hart, beantworte Fragen in der Alsa-Kabel-Fratze. Schreibefehle aus einer Dimension, jenseits des Grabes, etwas mit dem effektiv nicht zu spaßen ist. Dreh, Durchschlag, Zutritt nach, Fronte, jemand zu allem entschlossen und steche nach. Ein Mord, Spaß, Blut, Gedärme und Knochenmacht, als niemand ist für mich, Sorgmacht, Verräum, Quadrat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017